So, Semenova am Boden. Natürlich übungsmässig und nicht im übertragenen Sinne, da ist genau das Gegenteil der Fall. Sie ist ganz klar auf Mehrkampf Europameisterinnenkurs. Höchssprung zu Kahara gebückt. Zweieinhalbfachschrauber rückwärts, ganz kontrolliert. Der Salter vorwärts gesteckt mit Halbedräg. Da hat sie Übersicht, Zeit. Nur 12,7 für Ferrari, sie ist damit weg von den Top 3. Ganz kontrolliert sind wir aber auch da mit dem 1,5. Das Salter rückwärts geschraubt. Ein bisschen Aktionismus hier mit den vielen Handbewegungen. Irgendwie nichts in der Anschluss. Rechten wir aber das Rechte, das kommt jetzt. Und das gelingt ihr. Doppelsalter rückwärts gebückt. Hat da gerade noch ein bisschen zu viel. Schwung gehabt, recht ein grosser Schritt zum Abschluss. Aber natürlich schwierigkeitsmässig. Das heisst, inhaltlich startet sie da hoch zusammen. Der Schluss, Doppelsalter rückwärts gebückt. Und... ... ... ...